Vielen Dank, dass so viele das Video zum Thema Harnstrahlabschwächung und Prostatavergrößerung sich angeschaut haben. Freut mich, dass Sie das interessiert. In den Kommentaren kam sehr häufig die Frage oder auch in den Zuschriften kam sehr häufig die Frage, was sind denn OP-Methoden, die man machen kann. Deshalb wird das jetzt Teil 2 des Videos, wo wir über OP-Methoden sprechen. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Böckern, bin Urolog und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Wir hier machen keine Prostata-Operationen. Das ist ein Riesenvorteil für Sie, weil ich jetzt, wenn ich über die OP-Methoden spreche, jetzt nicht die Methode empfehlen muss, die ich jetzt speziell irgendwie durchführe, sondern kann Sie da ganz frei beraten, so wie ich glaube, was das Beste ist. Zum einen muss man sagen, natürlich macht es immer Sinn, eine ganz moderne Methode durchführen zu lassen. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wollen Sie wirklich die allerneuste Methode haben, weil die Gefahr besteht, dass Sie dann so ein bisschen Versuchskaninchen sind. Also das ist immer so eine Abwägungssache. Also manchmal kann eine ältere, etablierte Methode, mit der man viel Erfahrung hat, vielleicht sogar gar nicht die schlechteste Variante sein. Im Bereich der Prostata wäre das natürlich die sogenannte TURP, transurretrale Resektion der Prostata, Entfernung der Prostata oder Ausschälen der Prostata durch die Harnröhre. Bei einem Eingriff wird in Vollnarkose oder Teilnarkose durchgeführt. Man geht mit einem dicken Gerät vorne durch den Penis in die Harnröhre rein. Allein den Teil würden Sie ohne Narkose nicht so nett mitmachen. Also deshalb geht man rein und dann hat man entweder so eine elektrische Sonde oder eine Schlinge, mit der man dann die Prostata praktisch von innen nach außen ausschält. Und dann das Gewebe, was dabei herausgeschnitten wird, hat so ein bisschen was von Gyrusschnipsel. Die werden dann rausgenommen und kann dann vom Pathologen weiter untersucht werden. Vorteil der Methode ist, das geht relativ zügig. Es gibt viele Operatoren, die damit Erfahrung haben und deshalb auch gut sind in dem, was sie da tun. Und sie haben halt auch Gewebe, was dann weiter untersucht werden kann. Die Ränder und die Wundfläche, die dadurch zustande kommt, ist relativ glatt und ist gut. Das Problem ist dabei, sie haben nachher eine große Wundfläche. Wenn da der Urin drüber läuft, tut das weh. Das führt zu einem Harndrang, der relativ stark und überfallsartig ist. Dass gerade in den ersten paar Wochen das Problem sein kann, dass man sehr schnell auf Klo muss und es manchmal sogar nicht bis auf Toilette schafft. Das ist dann kein Zeichen von einer Verletzung vom Schließmuskel. Das ist theoretisch bei dem Eingriff möglich, aber dieses schnell auf Klo gehen müssen ist kein Zeichen davon, sondern ein Zeichen der Reizung, das dann weggeht. Diese Reizsymptome nach den Eingriffen tritt generell bei Prostata-Operationen auf. Also auch bei den anderen Varianten, die ich gleich schildere, kann das auftreten und kann wirklich quälend sein. Blutomorien, damit müssen Sie rechnen, haben Sie gerne über Tage, manchmal so über ein paar Wochen danach. Bei einer TOIP haben Sie einen Krankenhausaufenthalt, rechnen Sie mal so fünf Tage bis eine Woche, bis das richtig abgeheilt ist. Das kann vier bis sechs Wochen dauern. Gerade so in der Phase nach sechs Wochen, wenn man sich eigentlich ganz gut fühlt, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich körperlich nicht zu stark belastet, weil dann der Zeitpunkt ist, wenn Krusten sich lösen innen drin, weil es noch nicht richtig abgeheilt ist und dann kann es wieder anfangen zu bluten. Also man muss die sechs Wochen schon aufpassen dabei. Ein Problem bei dieser Variante mit dem elektrischen Strom ist, dass es bluten kann dabei. Und deshalb ist eine Weiterentwicklung der Variante sind Laserverfahren. Laserverfahren kann ich ja das Laserlicht so wählen, dass bestimmte Strukturen am stärksten Laserenergie abkriegen. Wenn ich grünes Licht nehme, wird am stärksten rote Substanzen kriegen die Laserenergie ab, in dem Fall dann Blut. Also deshalb ist der sogenannte Greenlight Laser, Grünlicht Laser, eine Variante, was man machen kann. Da haben Sie so eine Laserfaser, wo man an der Seite oder so halbschräg rausschießt, Laserlicht, und damit praktisch das Gewebe abfräst, immer kleiner fräst. Vorteil ist, das blutet quasi nicht. Man kann, wenn Sie erfahren sind, damit auch größere Mengen Prostata-Gewebe abtragen. Nachteil ist, Sie haben kein Gewebe, was Sie zum Pathologen schicken können, was untersucht werden kann, also auch auf Tumoren oder so untersucht werden kann. Aber das ist ein gutes Verfahren. Das ist am Ende des Eingriffs häufig nicht ganz so glatt innen drin und so schön, wie das nach einer TORP aussieht. Aber auch das kann ein gutes Verfahren sein. Ein anderes Laserverfahren ist eine sogenannte Inukleation. Das ist eine andere Art von Laser. Häufig wird so ein Holab-Laser verwendet. Und da ist es so, dass ich praktisch die Prostata so ausschneide, also mir mit dem Laser so meinen Weg rausschneide, um dann das Gewebe in einem oder in Stücken rauszuholen. Das braucht ein bisschen mehr Erfahrung, aber Leute, die das können, kriegen damit auch größere Prostatekrammer damit entfernen. Und das kann ein sehr gutes Verfahren sein. Also diese Laser-Inukleation ist schon was anderes als dieses Greenlight, wo ich das einfach nur so wegfräse. Das waren jetzt alles ja so minimalinvasive, nicht, also Operationen ohne Schnitt. Man kann auch operieren, ja, also wirklich mit Schnitt. Das ist was, was vorbehalten ist für wirklich große Prostata. Also wenn Ihre Prostata irgendwie 150 Gramm groß ist oder so oder 120, dann kann man das häufig nicht mehr über die Harnruhe operieren. Dann wäre eine Schnittoperation eine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen so eine ältere, so ein bisschen rustikale Variante der OP, aber ist dann notwendig, wenn einfach die Prostata sehr groß ist. Kommen wir zu neueren oder so ein bisschen Außenseiterverfahren. Eine Variante ist, dass man gerade bei jungen Männern macht, dass man wirklich nur so einen Keil in die Prostata reinschneidet. Das wäre OP-Verfahren nach Pansadoro, der Mensch, der sich das überlegt hat. Man schneidet nur einen Keil raus, hat den Vorteil, dass häufig der Samenerguss noch gezielt ist und eben nicht in die Blase geht, was ein häufiges Problem nach in anderen Formen ist. Also nach TORP, nach Laser, nach Offenoperationen hat man meist keinen Samenerguss mehr. Also deshalb diese Variante nach Pansadoro. Es gibt auch ein Verfahren, wo ich eine Art Anker von innen in die Prostata reinschieße und dann über so ein Zugsystem die Prostata nach außen ziehe, also den Bereich weiter werden lasse. Urolift nennt sich das, wird vereinzelt durchgeführt, hat kurzfristig zumindest ganz gute Erfolge. Also wenn Sie wirklich jung sind und sagen, ich habe so starke Probleme, dass ich das nicht mehr mit Medikamenten in den Griff kriege, kann das eine Option sein. Gerade das neueste, gehalbteste ist sogenannte AquaBeam. AquaBeam ist ein Verfahren, was auch Roboter unterstützt funktioniert. Das Schneiden, das Verkleinern der Prostata entsteht oder wird durch so einen Wasserstrahl durchgeführt und dann wird vorher, kann man wirklich genau planen, wo sollen Schnittränder hin, wo wird das gemacht und dann wird das auch durch die Harnrohr operiert und dann dadurch verkleinert. Also ob AquaBeam so der neue Standard wird, kann sein. Da gibt es einige, also die Leute, die das machen und ich hatte auch ein paar Patienten, die da wirklich ganz schöne Ergebnisse hatten und die Leute, die es machen, sind da ganz zufrieden mit. Egal, welches Verfahren Sie für sich wählen, dieses häufige Wasserlassen danach, Probleme mit Ejakulationen, vielleicht sogar Wasserhaltprobleme, Blutungen im Urin, eine Komplikation, mit denen man häufig danach zu tun hat, häufig rechnen muss. Welches Verfahren für Sie speziell wirklich das Richtige ist, ist das etwas, das Sie vielleicht mit Ihrem behandelnden Urologen besprechen sollten. Man kann da klar auch durchaus vorher mal mit dem Vertreter der einen Methode oder dem Operateur der anderen Methode einfach mal das besprechen und schauen, wie das Vertrauensverhältnis ist und was Sie für sich dann das Richtige entscheiden. Also das sind konkurrierende Verfahren, wo man nicht sagen kann, nur das eine ist richtig und das andere ist komplett falsch. Da kann man schon Sachen auswählen. Wenn Sie das Video zum Harnstrahlabschwächung und nicht operativen Verfahren noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich das doch an. Das passt gut hier zum Thema dazu und andere Themen kommen sicherlich in Zukunft auf dem Kanal noch. Bis dahin. Tschüss.